Eine Woche ist mal wieder vergangen und das bedeutet, es ist Zeit für eine weitere Folge von... Crawling in my ski, crawling in my ski Ihr konntet mir natürlich wie immer mit dem Hashtag Nebelnice super lustige Sprachnachrichten senden Und da ja wieder in letzter Zeit sehr viele neue Zuschauer dazu gekommen sind Und viele von euch wahrscheinlich ein paar Gags nicht verstehen werden Ist natürlich wie immer in der Beschreibung ein Link, wo ihr alle Erklärungen zu jedem Insider findet Und in dem Sinne, würde ich sagen, viel Spaß bei Hashtag Nebelnice Also ich hab wirklich als Kind geknallt, was das Zeug hält Ich hab wirklich alles geknallt, was nicht nid- und nagelfest ist Da stand eine Dose, wurde geknallt Da stand ein Mülleimer, wurde reingeknallt Da lag ein Hundehaufen, geknallt Ich war wirklich der Knallergott Shit, man Die Wahrheit lässt sich nicht leugnen Nice Nice GG Anderson Super Scham Was ein epischer Kampf Oh wow Krass Mann Also sowas hat auch noch keiner gemacht Ist echt mega cool Oh Karl Irgendwas stimmt mit Lupina Boy nicht Okay Das Gesicht, Mann Kann mich bitte jemand töten Prost, GG Anderson Cooler Schnurrbart Sex Dicke Du krankes Stück Scheiße, Alter Nice, vielen Dank Oh mein Gott, was ist das? Ein Illuminaten-Dollar Sack Nein, nein Er ist tot Gib das GG Anderson Gib das GG Anderson GG Anderson ist dir sehr dankbar An eurer Stelle würde ich mir das nicht entgehen lassen Nice Am nächsten Tag DING DONG Viel Spaß mit deiner PS4 Gern geschehen Ihr glaubt nicht, was ich letztens auf eBay gefunden habe Und zwar ist es Die PVP-Werke Was? Er hat nicht ernsthaft die PVP-Jacke Was? Ich hätte echt nicht gedacht, dass man die Jacke noch irgendwo kaufen kann Was ist das? Was ist GG Anderson? Mach die Scheiße aus! Warum? Du bist ein Illuminat Du bist ein Evenent Das kann nicht nur guter sein Es ist eindeutig ein Illuminat Bring ihn um Geiles Lied Illuminati Illuminati Was? Du Geil Anja, Mann Du hast dein Kind vom Schlitten geschrien Schäm dich Nice Nice Illuminati Du hast dein Kind vom Schlitten geschrien Anja, Mann Du hast dein Kind vom Schlitten geschrien Du hast dein Kind vom Schlitten 보는 Schlitten Ich bin nicht dran Du hast dein Kind vom Schlitten Die Ginge In den Erste Leit Du hast dein Kind vom Schlitten 무슨 Schlitten Das ist dein Kind vom Schlitten Okay. Genauso entstehen Illuminaten. Ach so. Scheiße. Shit, Alter. Da hast du richtig schön reingeschissen. Nein. Er hat sich nicht ernsthaft 24 Dosen Lupina bestellt. So besser. Die Welt ziehen sehr. Illuminaten. Illuminaten, ja? Und sehr. Oh, sorry. Hey, was? Dankeschön für den Wetterbericht. Zurück zu Karli Kolumbus. Vielleicht hätte ich doch den Ball in sein. Das ist so ein Warterausfall. Das ist so ein Warterausfall. Genau. Auf jeden Fall krasse Breakdance-Moves. Julian Bam kann einpacken. Baby. 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 Baby loves you. Ihr Durchschaum ist grässlich. Was du hübsch wirst, nur hässlich. Doch Baby. Baby. Baby loves you. Sie gab dir Bilu. Ja, das ist Bilu. Auch uns Nebeln enden. Wir lieben die Spenden. Doch wir machen zu. Scheiß auf Bilu. Hahaha. Sehr gut, Jungs. Wirklich ein sehr nebeneises Lied. Gitarren für's Lupinen. Uri. Uri Geller. Uri Geller. Uri Geller. Was machst du hier? Nein. Hilf mir. Hahaha. Hahaha. Das muss ein wirklich sehr traumatisches Erlebnis gewesen sein. Uri Geller bekommt für das, was er getan hat. Zehn Stunden Gigi Anderson. Hahaha. Ach du Scheiße. Fuck man. Viel Spaß den Geruch wieder wegzubekommen. Ja. Ist eine Lumina. Hahaha. Hallo Nebelfick. Da ist gerade Österreich, wie man sieht. Extrem schön ist. Und ich bekanntlicherweise der Kelkeresistenten Mensch aus Österreich bin. Möchte ich das in einem Nebelnice Video im Beweis stellen. Let the fun beginn. Hahaha. Hahaha. Ähm. Ein sehr gutes Video. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Oh Gott. Oh Gott. Ein fornuklear. Hahaha. Ich mein, zu sterben ist ja schon schlimm, aber ein fornuklearmann. Ich glaube es gibt keinen Menschen, der mehr Leid ertragen muss als du. Okay meine Freunde. Mein Gott war das wieder viel. Senden wir auf jeden Fall weiterhin Videos mit dem Hashtag Nebelnice. Und by the way. Wie viele mitbekommen haben kam gestern kein Skywars Video. Das lag aber nicht daran, dass ich keins gemacht habe. Sondern, dass ich einfach drei Wecker überhört habe. Und ich rechtzeitig aufgestanden bin. Also das bedeutet für euch, dass heute nochmal um 19 Uhr ein Skywars Video kommt. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und ja, wenn es euch gefallen, dann lasst natürlich wie immer eine Bewertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei. Crawling in my ski. Crawling in my ski. Ciao.